Hallo und willkommen zur allerersten Folge vom Game Based Podcast. Mein Name ist Nino und ich freue mich mega, dass das Projekt jetzt endlich losgeht. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, wir haben uns lange Themen ausgedacht, die wir vorstellen möchten und ich freue mich mega über meinen Gesprächspartner heute und zwar Dejan Simonowitsch von der Computerspielschule Stuttgart. Hallo Nino, grüß dich. Ich selber kann es auch jetzt kaum erwarten, wir haben ja zusammen das Projekt vorbereitet und ja, heute kommen wir dann richtig tief ins Gespräch und ich bin mal gespannt, wohin sich unser Gespräch entwickelt. Ja, hoffentlich können wir unser Wissen irgendwie gescheit bündeln und Leuten dann auch was bieten damit. Genau, ich habe es ja gerade schon erwähnt, du bist der Leiter der Computerspielschule in Stuttgart. Du bist meiner Meinung nach die Person, die ich kenne, die sich am meisten mit Computerspielen auskennt, sowohl aus der Zockersicht als auch aus der pädagogischen Sicht. Willst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Das ist ja zu viel der Ehre. Ja, also im Endeffekt ist tatsächlich, da hatte ich das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen und ich bin ja selber auch mit Games, sage ich mal, groß geworden, aufgewachsen und habe mich auch im Studium so, es ging irgendwie damit beschäftigt, aber gerade dann diese Verknüpfung mit dem Medienpädagogischen, hätte ich nie gedacht, dass das so ein großes Thema wird, wobei es eigentlich ja irgendwie auch logisch ist, weil Games inzwischen so ein fester Bestandteil der Jugendkultur sind und einfach ernst genommen werden müssen in der Hinsicht, dass es eine Frage der Zeit war. Und wir haben ja dank der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg, die Gelegenheit gehabt, im Dezember 2015 war es glaube ich, als der Projektantrag bewilligt wurde, ja für Computerspielschulen in Baden-Württemberg. Da wurden drei Computerspielschulen aufgemacht, also es war Karlsruhe, Freiburg und eben wir hier in Stuttgart, die den Zuschlag bekommen haben, erst mal für die drei Jahre. Ja, aber wenn man jetzt ins Kalender schaut, sind die ja schon lange rum und glücklicherweise geht es immer noch weiter. Und es gibt immer mehr Computerspielschulen. Genau und natürlich habe ich jetzt noch gar nicht erklärt, was eine Computerspielschule eigentlich macht und was sie ist. Ich versuche mal jetzt kurz zu fassen, vielleicht können wir das in einem separaten Teil auch mal ein bisschen ausführlicher machen, aber wir haben auf jeden Fall, ja sind quasi der Ansprechpartner für rund um das Thema digitale Spiele, sowohl für Schulen, also für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, aber auch für Eltern. Wir haben immer ein offenes Angebot, wo man vorbeikommen kann, Freitagnachmittags, jetzt sowohl bei uns vor Ort normalerweise, ja pandemiebedingt jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber wir haben auch ein Online-Programm rund um mein Test und das ist eine super Möglichkeit, sich da gemeinsam zu spielen und auch vertieft was zu machen. Also schaut da gerne auf unsere Seite, Computerspielschule-Stuttgart.de. Da habt ihr auch einen virtuellen Rundgang, könnt euch die ganzen Projekte anschauen. Ist, ja, riesig gewachsenes Projekt und wie gesagt, wir sind auch für Schulen da zuständig als Ansprechpartner, auch Schulklassen kommen zu uns und auch, ja, sind dabei auch Konzepte zu entwickeln beziehungsweise arbeiten da auch mit der LFK zusammen, für Games im Unterricht eine Plattform Spiele auszusuchen und darüber, ja, pädagogische und didaktische Konzepte zu schreiben, wie man diese im Unterricht einsetzen kann. Und da kommen wir eigentlich auch zu unserem ersten Thema. Es ist eigentlich eine schöne Überleitung, wow. Das ist ja, um Serious Games gehen soll. Also vielleicht haben es manche im Titel der Folge schon gelesen. Und, ja, Nino, wir müssen wahrscheinlich erstmal definieren, was wir unter Serious Games verstehen. Genau, ich habe mir da die Definition mal rausgeschrieben und zwar die, die du bei der Serious Games Tagung, wo ich ja auch dabei war vor ein paar Wochen, erwähnt hattest. Und zwar, ich würde dir einfach vorlesen. Unter Serious Games versteht man digitale Spiele, die nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen, wohl aber derartige Elemente enthalten können. Das ist eine sehr coole Definition, aber ich finde sie etwas schwammig, weil, wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, ist ja jedes Spiel, was nicht nur zur Unterhaltung da ist und wo ich irgendwie was lernen kann, ja, ein Serious Game. Und, ja, du als Experte, was hältst du von dieser Aussage? Ja, ich muss mal nachdenken, weil du mich jetzt, ja, zum zweiten Mal als Experte da groß, ja, ich, weil inzwischen fühle ich mich auch als Experte. Insofern antworte ich jetzt ganz kompetent. Du hast es ganz gut getroffen, die Aussage, also die Definition ist schwammig, aber es ist tatsächlich auch unserer Auffassung nach wichtig, hier keine klare Grenze zu ziehen, sondern dass wirklich die Übergänge fließend sind. Also, wenn man sich jetzt anschaut, mit was für Spielen wir uns auseinandersetzen, auch für Games im Unterricht, wo es jetzt nicht nur um Unterricht geht, sondern vor allem auch, wie man Spiele generell im Bildungskontext einsetzen kann, haben wir da klassische Lernspiele dabei, wo es einfach darum geht, ganz, sag ich mal, fokussiert auf bestimmte Inhalte diese zu festigen. Aber es gibt auch durchaus kommerziell erfolgreiche große Spiele, die aber wiederum, ja, von den Entwicklerinnen so dermaßen tiefgründig aufgearbeitet wurden und wo so viel, ja, Liebe und Arbeit drin steckt, ähm, dass man da auch ernsthafte Themen damit, äh, gut, äh, bearbeiten kann. Und, ähm, prominentestes Beispiel ist in dem Fall ganz klar Assassin's Creed. Ähm, da hattest du ja auch ein schönes ... Das ist aber das Erste, was mir einfällt. Genau. Hattest du auch ein sehr schönes Video aufgenommen zum sogenannten Discovery-Mode. Ähm, magst du das kurz noch mal erläutern? Wo ist das? Ja, gerne. Also, wir haben ja damals für die Games im Unterrichtsseite ein paar von den Unterrichtskonzepten, die wir richtig cool fanden, die dann auch verfilmt und ein bisschen erklärt, wie man das dann halt, ähm, in der Schule benutzen kann für den Bildungskontext. Und bei Assassin's Creed ist es ja so, dass man immer in einer gewissen Epoche und in, ähm, ja, irgendeinem Land oder in einem Areal sich herumbewegt. Und, äh, gerade das Konzept, was wir vorgestellt hatten, ähm, da konnte man sich zum Beispiel die Pyramiden auch angucken im Discovery-Modus oder zum Beispiel die Sphinx. Und ich weiß noch, als ich das dann gespielt habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die Sphinx viel kleiner ist als die Pyramiden. Und ich habe das dann auch, ähm, ja, sehr verstört dann gegoogelt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und das ist für mich immer das einprägsamste Beispiel. So, ich habe jetzt ein Spiel gespielt und ich habe da mit interagiert mit den Objekten, die dort vorhanden waren und, ähm, habe dadurch gelernt, dass die Sphinx dann eben kleiner ist. Das habe ich in irgendeinem Schulbuch, wir hatten ja Ägypten auch behandelt, nie mitbekommen. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, also, ich bin da voll bei dir. Das ist einfach, äh, ja, sag ich mal, gewisse Erfahrungen machen und diese wirklich auch virtuell und spielerisch erleben zu können, das prägt natürlich, äh, mehr. Und man muss aber bei Spielen, und da ist genau Assassin's Creed Origins ein gutes Beispiel auch sagen, dass die in erster Linie natürlich für das Spielerlebnis entwickelt werden. Und, äh, auch da, wenn man auch im Discovery-Modus wird es aufgegriffen, ist es so, dass beispielsweise die Pyramiden von Gize eben, äh, etwas erhöht liegen. Also, erhöhter als in der Realität, äh, in Wahrheit sind die in einem Tal und sind gar nicht so gut, äh, so von jeder Seite einsichtbar. Aber für das Spiel war es wichtig, da einen Orientierungspunkt zu haben. Das wird glücklicherweise, wie gesagt, im Scary-Modus auch dann erläutert. Aber so merkt man wohl auch so gewisse Grenzen liegen. Also, wenn Spiele, sag ich mal, rein, also in erster Linie für Unterhaltung und, äh, entwickelt werden, fließt da auf der Epochen gut beleuchten. Also, für mich war auch so, äh, was ich sehr schön fand, im, äh, Odyssee beispielsweise gibt's da sehr viele Statuen. Und, äh, da ist ja dieser Irrglaube, dass, äh, griechische Statuen in der Ostseantike alle irgendwie weißes Marmor sind und, und komplett, äh, einfarbig in Wirklichkeit, und das haben ja Historiker dann auch sehr, schon in den 70er Jahren, glaub ich, belegt, äh, dass die gefärbt waren. Also, dass die wirklich bemalt waren und eigentlich die Antike sehr bunt war. Und, äh, das haben sie ja gerade auch bei den, äh, Assassin's Creed rein, aber schön aufgenommen. Also, insofern, ähm, merkt man da auch, auch sowas findet da Einklang. Aber, wie gesagt, äh, in erster Linie, dann bei Assassin's Creed muss man auch wieder bedenken, dass da auch spielerische Elemente Vorgang haben. Vor allem muss man bedenken, dass es ja zum Beispiel in der Filmindustrie genauso ist. Ich meine, wenn das Auto jetzt irgendwie dreimal explodieren soll, dann zeigt das jetzt nicht, äh, die Realität wieder. Aber man kann trotzdem natürlich viel aus, äh, Filmen oder auch aus Büchern lernen. Aber ich glaube, dass bei, bei Spielen gerade dieser Punkt mit dieser Immersion, also dieses komplett eintauchen, da nochmal viel einfacher ist, ähm, einfach weil man so viel damit interagiert und dadurch der Lerneffekt dann nochmal größer wird. Und den Punkt, der Punkt ist generell sehr interessant. Ich habe mich auch mit, ähm, der Projektleiterin von einem Spiel namens Hidden Codes unterhalten, der Hongyong Yan. Und Hidden Codes ist ein Spiel von der Bildungsstätte Anne Frank und widmet sich dem Thema Radikalisierung im Netz. Und da spielt man in so einer, ja, simulierten Social-Media-Umgebung und das Ziel ist es vom Spiel, dass man, ähm, ja, merkt, wie radikale Gruppen Digitalisierung instrumentalisieren, etc. Und ich habe sie dann auch gefragt gehabt, wieso sie denn genau ein Spiel als Form gewählt haben, um Lerninhalte zu vermitteln und nicht zum Beispiel andere Medien. Und da würde ich kurz gerne mit dir reinhören in ihre Aussage. Also erstmal, Spiele sind ja was total Natürliches. Also was total, ähm, was uns immer von Anfang an umgibt. Also wenn man irgendwie sich Babys anschaut, das Erste, was die irgendwie bewusst machen, ist eigentlich Spielen. Also sich, ähm, Dinge greifen, die beobachten, die fühlen. Und das ist eigentlich auch die Idee. Man, ähm, mit Spielen werden nicht nur, nicht nur kognitiv Impulse gesetzt und auch emotional. Wir haben auch zum Beispiel Rückmeldung von einem, einer Schülerin bekommen, die das Spiel damals am Anfang gespielt hat, dass sie sich total empört darüber war, dass ein Mitspieler sie blockiert hat. Also es kann eine, als Grundlage für einen Diskurs dienen. Es kann, ähm, ein Einstieg sein in ein Thema, das sehr komplex ist, was ja zum Beispiel Radikalisierung im Netz nun mal ist. Und es kann die Schüler, die Aufmerksamkeit der SchülerInnen irgendwie erstmal wecken. Also das Interesse, dass sie merken, okay, wir lernen hier was Praktisches. Wir halten uns nicht nur an theoretischen Sachen und Dingen auf, sondern praktisch damit in den Alltag gehen. Und zum anderen kann man ja am besten Phänomene beschreiben, wenn man einfach zeigt, wie sie funktionieren. Und das ist eben am besten, wenn man problematische Dinge auf Social Media aufmerksam machen möchte, dann eben auch eine simulierte Social Media Umgebung dafür einzusetzen. Und da war das Spiel einfach eine logische Konsequenz eigentlich. Da war das Spiel eine logische Konsequenz. Den Satz mag ich sehr. Ähm, ja, natürlich ist logisch. Ich möchte jemandem zeigen, wie es ist, in sozialen Medien irgendwie mit Extremismus konfrontiert zu werden. Dann macht es Sinn, das auch irgendwie zu simulieren, ne? Absolut. Also sie hat ja auch gut beschrieben, ähm, wenn ich selber tatsächlich in diese Perspektive eintauche und selber auch Entscheidungen treffen kann und ob meine Entscheidungen dann auch Konsequenzen haben. Also dass ich auch im Zweifel in dem Spiel blockiert werden kann. Also auch wenn es jetzt diese virtuelle Messenger-Umgebung ist und sonst was. Das ist dann trotzdem ein anderer Impact, als wenn ich ein Medium nur passiv konsumiere. Also wenn ich jetzt ein Buch lese oder einen Film schaue, da habe ich keinen Einfluss auf die Handlung. Ich kann zwar mich quasi mitfühlen und quasi damit eindenken. Also auch ein Film hat eine emotionale Wirkung. Aber wenn ich selber quasi hinter meinen Entscheidungen stehen würde und die wäre auch, sag ich mal, dann vorgeführt werden und dann gezeigt wird, also dass man auch scheitern kann, ähm, das macht einen großen Unterschied. Gleichzeitig ist aber diese spielerische Umgebung ja das, was einem wiederum Sicherheit bietet. Also wo ich auch sage, auch wenn ich scheitere, kann ich das nochmal versuchen. Ich kann ja dann noch einen anderen Lösungsweg finden. Also die ideale Art und Weise zu lernen und nicht umsonst ist es so, dass auch Kleinkinder schon, äh, spielerisch lernen. Und das ist für mich eine der größten Absurditäten, dass, äh, in der Schule, also in der Grundschule hat man auch noch sehr viele verspielte Elemente, aber spätestens ab der Sekundarstufe heißt dann plötzlich, nee, äh, spielen kannst du zu Hause, hier wird gelernt. Also dass das als Gegensatz sagt. Da wird die komplette Kreativität und Spielerischheit einfach abgetötet. Ja, und es wird dermaßen große Chancen, die man fürs Lernen hätte, äh, werden dadurch, ja, weggenommen. Und gleichzeitig kannst du jetzt aus eigener Erfahrung auch berichten, wie ich selber auch mit Spielen aufgewachsen bin. Und, äh, mal abgesehen von, äh, ja, keine Ahnung, also wenn man Kinder fragt, was sie dann aus Spielen gelernt haben, äh, wird oft auch dann instativ gesagt, zum Beispiel Englisch, weil sie viele Spiele eben auf Englisch, äh, gespielt haben oder dann online sich teilweise auf Englisch unterhalten müssen, et cetera, äh, übt man so viel besser. Das ist eine Sache. Das hat aber auch mit dem Spiel erstmal so nix zu tun, sondern nur mit den Spracheinstellungen vielleicht. Ja. Ähm, aber was dann halt auch noch reinkommt, also ich selbst, für mich war so ein Beispiel Civilization, Colonization, so Spiele, die, mit denen ich aufgewachsen, äh, bin und die mir einfach ein großes, äh, sag ich mal, Überblick über Historienthemen vermittelt hat. Heißt halt nicht, dass jeder einzelne Punkt da wirklich, äh, in der Tiefe dargestellt wird, aber es hat mir ein Gefühl dafür gegeben und es hat mein Interesse geweckt. Also das höre ich auch von sehr vielen Leuten, die, ähm, beispielsweise mit Age of Empires oder anderen, äh, ja, Mittelalter-Strategiespielen, et cetera, äh, in diese Epochen eingetaucht sind und gemeint haben, ja, seitdem habe ich mich voll dafür interessiert und habe dann wiederum weitere Quellen gelesen und war dann begeistert und habe gemerkt, das ist jetzt nicht nur, also das hat für mich einen persönlichen Bezug, weil ich durch diese Interaktivität diese Spielwelt irgendwie beeinflussen kann und wissen will, was gibt's dahinter? Also es ist eine sehr motivierende Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen und auch eine Motivation im Idealfall, die auch intrinsisch motiviert ist, also die einem dann so selber das Bedürfnis weckt, äh, sich stärker damit auseinanderzusetzen. Und... Genau, das ist ja auch das, was, äh, Hong gesagt hat, das ist halt eine sehr gute Vorlage, um dann darüber danach zu reden und ich hab ja jetzt auch angefangen, Fortbildung für Lehrkräfte zu regeln, unter anderem über Gaming als mediale Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern und da ist auch immer dieser größte Knackpunkt, Leuten, die selbst nicht wirklich viele digitale Spiele gespielt haben, so zu erklären, hey, das ist mega cool und da gibt's Cosplay-Communities, es gibt riesige Communities, mit denen man schreiben kann online über die Spiele, man kann online zusammenspielen, das war eine der wenigen Sachen, wie ich soziale Kontakte hatte im Lockdown und ich finde das immer faszinierend, wie man dann sieht, wie denen dann so ein bisschen die Schuppen von den Augen fallen, wenn sie merken, ach, das ist ja eigentlich ganz cool und das ist jetzt auch nicht so weit weg von Filme gucken oder so, es ist halt immer nur so ein bisschen verteufelt, noch von... Ja, ich hab das Gefühl von dieser Diskussion, die vor zehn Jahren waren, so Killerspiele sorgen dafür, dass wir alle aggressiv werden und uns gegenseitig töten. Ja, ich bin so froh, dass da inzwischen Konsens auch herrscht, dass in Anführungszeichen Killer- oder Ballerspiele jetzt nichts mit Amokläufen in erster Konsequenz zu tun haben, also das ist ein komplexes Thema, werden wahrscheinlich auch nochmal drauf zukommen, wie es mit Gewalt und Gewaltdarstellung in Spielen läuft, aber da will ich jetzt gar nicht abschweifen, ähm, sondern stattdessen nochmal drauf zurückkommen, ja, dass... ja, beeindruckend bei Spielen ist auch, dass das Spielen selbst eigentlich nicht immer, also das Haupterlebnis ist, also natürlich ist es das Haupterlebnis, aber es ist nicht das Einzige, was man damit verbindet, sondern du hast ja gesagt, diese Communities, die drum herum gesponnen sind, also sich gegenseitig äh, oder über die Sachen auszutauschen, ähm, das ist immer ein wesentlicher Bestandteil davon gewesen, also auch dieses, äh, sag ich mal, falsche Vorurteil, dass, dass, äh, Spieler, insbesondere Spieler, ich sag in dem Fall genderlich bewusst nicht, irgendwie im Keller sitzen und, äh, keinerlei soziale Kontakte pflegen und sich nur mit Pizzakinder genau, äh, stopfen, das ist, äh, Gott sei Dank längst überholt, also, äh, und das hat auch selbst in der Zeit, also ich bin in den 90ern ja groß geworden, da gab's auch, konnte man nicht online spielen, aber man hat trotzdem gemeinsam gespielt oder ich hatte einen großen Bruder, dem ich, äh, sehr gerne auch über die Schulter geschaut hab und mit dem ich zusammen gespielt hab und sich über Spiele aus, äh, auszutauschen, darüber zu unterhalten, über das, was man erlebt hat, also man erlebt es zwar, es ist zwar, sag ich mal, ein spielerisches Erleben, äh, und auch in der virtuellen Welt, aber dennoch ist es ein Erleben und, äh, dann quasi das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, ist enorm und auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Wege und verschiedene Lösungen für Probleme finden kann, äh, das regt natürlich den, äh, Diskurs erst recht an und dann die Suche nach dem besten Weg, etc., das ist, ähm, ja, dermaßen motivierend, ähm, dass es, man absolut verstehen kann, warum Kinder und Jugendliche auch heute sich so damit auseinandersetzen und, ähm, das ist das, was manchmal wiederum schwierig ist, ähm, wenn man jetzt Eltern und Lehrkräfte, äh, sieht. Ich meine, erzähl du vielleicht mal, wie es bei dir bei den Schulungen, äh, ist, wie sind dann da die Stimmungen oder die Meinungen, äh, wenn du in so eine Schulung reinkommst? Naja, oft ist es so, dass die Leute das, wenn sie sich für die Schulung angemeldet haben, sind, haben sie schon meistens Interesse daran. Es ist nur oft dieses, okay, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen und dann so negative Konsequenzen spüren zu müssen davon, dass ich die Kinder jetzt irgendwie ein Spiel reingeschubst habe, von dem ich keine Ahnung habe, ähm, aber auch tatsächlich ein immer größeres Interesse an dem Thema, weil ich glaube, dass es schon, es kommt immer mehr in die Gesellschaft an, ähm, wie, wie, was für ein Potenzial es gibt und auch wie groß das Thema ist. Also wenn man sich die Gymstudie von 2021 anguckt, ähm, zwischen zwölf und neunzehn Jahren, äh, spielen nur neun Prozent keine digitalen Spiele, haben sie jedenfalls so angegeben. Heißt das, das beschäftigen sich so viele Kinder damit, dass die Lehrkräfte, ja, auch immer mehr dieses Thema im Fokus haben. Und wenn ich gerade jetzt überlege, auch dieses, wie wir ja gesagt haben, dass man das als Vorlage benutzen kann, um bestimmte Themen anzusprechen, die auch voll schwierig sind. Ich meine, du kannst dich bestimmt noch dran erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, wie oft ich das Spiel Life is Strange erwähnt habe, mit, ähm, ja, unserer alten Kollegin Helena und so grob beschrieben, das ist jetzt ein Spiel, wo man, ähm, ja, wo es viel um Mobbing geht, ähm, Triggerwarnungen, man kann so ein bisschen beeinflussen, wie das Spiel weitergeht. Ich weiß noch, wie intensiv wir darüber diskutiert haben, auch über dieses Thema Mobbing und wie kann, wie kann man Leuten helfen, die gemobbt werden, wie kann man mit Kindern darüber reden, die noch gar nicht so ein, ich sag mal, ausgeprägtes Moralsystem haben wie ein Erwachsener. Und das merke ich immer wieder bei Spielen, wenn die wirklich dir ans Herz gehen, dann unterhältst du dich so krass darüber und dann geht's auch immer wieder in die, ja, zum Beispiel in dem Fall in die soziologische Richtung. Ja, es ist ein gutes Beispiel. Also, Life is Strange ist definitiv auch ein Spiel, das durch seine Entscheidungen lebt. Und dadurch, dass ich die selber dann tragen muss und wenn ich falsche Entscheidungen treffe oder, oft gibt's auch kein eindeutiges richtig oder falsch und das macht's ja noch spannender. Genauso wie im Leben. Genau, genauso wie im Leben. Und, ähm, zu schauen, was für Konsequenzen hat das. Ähm, und da sind wir wieder genau bei dem Serious-Game-Thema. Und ich wollte noch vielleicht den Vergleich, äh, zu anderen Medien ziehen, also mit Filmen und Büchern. Ähm, also, dass man jetzt von Serious-Games spricht, das kam erst, äh, sag ich mal, in den letzten Jahren so richtig auf und wurde jetzt so ein Begriff, wie gesagt, wir hatten ja schon ein bisschen definiert, was wir unter Serious-Games verstehen und dass da eine klare Definition gar nicht so leicht ist. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch Filme oder Bücher anschaut, auch da gibt's ja reine Unterhaltungs, ähm, ja, Formate, wo man auch sagt, okay, aber auch selbst in diesen kann's manchmal sein, dass da ernste Themen drin sind. Ähm, auch bei Comics oder et cetera, die erstmal wirklich, ja, die ich mir in meiner Freizeit durchles, äh, werden Themen wie, du sagst, also Mobbing bis hin zu, äh, auch Depression oder Suizid, das sind ja dann das, was du gemeint hast, wo es bei Life is Strange, äh, die große Diskussion natürlich gibt, dass man auch, äh, Triggerwarnungen vorschalten muss und sagen muss, hey, das ist ein sensibles Thema, ähm, das, ja, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht auch darüber mal, äh, in, in tiefer reden, wie, wie schwierig es ist, auch so komplexe Man sieht, es gibt sehr viel, was man da alles ansprechen kann. Ja, also das ist natürlich auch, umso ernster das Thema ist, umso sensibler muss man natürlich sein, wie man mit diesem Thema umgeht, ähm, und im Zweifel, ähm, muss man auch, sag ich mal, das Publikum auch vorwarnen, ähm, und auch bei Games im Bildungskontext, also Life is Strange ist jetzt ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann auf der einen Seite, aber auch nicht uneingeschränkt, sondern in dem Sinne, dass man, ähm, das sehr, sehr gut aufbereiten muss und im Zweifel auch, äh, sensibel sein muss, äh, falls da gewisse, ähm, ja, Personen auch irgendwie in der Klasse sind oder so, bei denen das irgendwas auslösen kann, also das, da darf man nicht unvorsichtig sein. Wir haben ja damals auf die Games im Unterrichtsseite deswegen auch extra die pädagogische Empfehlung ab 14 geschrieben, obwohl das Spiel ja eigentlich ab 12 beigegeben ist und dann nochmal dazu geschrieben, wieso, ähm, genau aus diesem Grund, ja. Genau, also das ist auch, äh, interessant, äh, mit den pädagogischen Empfehlungen, also wir haben in den Spielen ja, USK hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Logos mit, äh, 0, 6, 12, 16, 18, ähm, das sind halt Empfehlungen, die dafür dienen, dass man Kinder jetzt nicht verstören soll und, und das, ähm, da auch aus, sag ich mal, Jugendschutzperspektive, ähm, gerade das Thema Gewalt, ähm, in welcher Form das irgendwie, ähm, ja, schwierig sein könnte, aber es ist keine pädagogische Empfehlung und, ähm, da gibt's, äh, die Kollegen vom Spieleratgeber in RW, die wiederum, ähm, ihre, also ein ganz großes Archiv haben, wo einfach Spiele und da jetzt nicht nur Spiele für den Bildungsbereich, sondern, sag ich mal, alle möglichen Spiele drin sind und auch getestet werden mit, äh, Jugendredaktion, wo es dann um eine pädagogische Empfehlung geht und, ähm, das ist, wie gesagt, auch, grad wenn man, ähm, Spiele auch im Bildungskontext einsetzt, ähm, sind das Kriterien, die da auch mit einkommen, also nicht nur quasi die reinen USK, es ist auch klar, wenn ich, äh, auch wir in der Computerspielschule, wenn wir jetzt ein Spiel haben, müssen wir ganz klar darauf achten, dass da jetzt, äh, wir die, äh, Alters-, also die USK einhalten und dass da jetzt keine, ähm, zwölfjährigen Spieler ab 16 spielen oder ähnliches, das, äh, ist klar. Ähm, die einzige Ausnahme sind Eltern, die dann quasi nochmal darüber sich hinwegsenzen können und es ihren eigenen Kindern erlauben. Manchmal bewusst, aber manchmal ist es eher die Unwissenheit oder sehr oft leider, ähm, aber auf der anderen Seite, was gibt's denn noch für Kriterien, ähm, für dich, die irgendwie interessant sind, wenn's um Serious Games geht und wenn's dann um den Einsatz im Bildungsbereich oder insbesondere in der Schule geht? Also ich denk, da ist vor allem wichtig, dass, klar, das Spiel soll interessante Sachen vermitteln oder Wissen vermitteln, aber da haben wir uns ja jetzt auch schon sehr oft darüber unterhalten, ähm, es gibt diese typischen Lernspiele, die dann so langweilig sind, dass dann dieser, ich sag jetzt mal, Effekt, dass ich da irgendwie emotional dran gebunden bin, überhaupt nicht entsteht. Und, ähm, ja, ich denke, das ist, das ist diese Kunst, die man schaffen muss bei dem Spiel dann, ähm, ja, es muss interessant genug sein, aber man muss auch dieses Wissen gut vermitteln können, was da drin ist. Oder wie siehst du das? Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, was jetzt auch interessant wird, also wir haben uns halt auch damit befasst, wie es im Unterricht ist, äh, haben wir noch weitere Kriterien, ähm, wie beispielsweise die Spieldauer. Also es macht einen großen Unterschied, ob ein Spiel, jetzt sag ich mal, ähm, in einer Schulstunde, also 45 Minuten oder 90 Minuten, irgendwie sinnvoll spielbar ist und sei es auch nur einzelne Ausschnitte. Also Life is Strange, hast du erwähnt, da könnte man einzelne Szenen analysieren und rausnehmen. Ähm, wenn ich jetzt in Assassin's Creed spielen will, das ist ja riesig. Aber auch da könnte ich im, äh, Discovery-Modus, äh, sag ich mal, einzelne, ähm, Gebäude oder einzelne Regionen mir genauer anschauen. Und dann gibt es aber Spiele, die wirklich auf dieses Format auch hinentwickelt wurden. Also, ähm, gerade zum Thema Fake News, äh, fallen mir ein paar sehr gute Beispiele ein. Also da gibt es den Fake Finder vom SWR, es gibt Fake It to Make It, was sehr cool ist, weil es halt quasi die Perspektive einer, äh, Fake News-Redaktion, äh, einnimmt, dass man selber quasi, äh, schauen muss, möglichst viele Klickzahlen und damit eben, ähm, Geld zu generieren. Und das ist auch die Möglichkeit. Was ja jetzt gerade auch extrem diskutiert wird wegen Facebook. Absolut. Also da sind man genau am Zahn der Zeit. Ja. Auch, ähm, Orville, also ist, äh, zum Thema Facebook und hier, äh, Amerika-Überwachung, ähm, also inwieweit man da auch, äh, Sicherheitsdienste mit sozialen Medien, äh, zusammenarbeiten oder beziehungsweise Sicherheitsdienste Zugriff auf, äh, Profile etc. haben. Äh, äh, da, äh, 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 also Orville ist auch, was ich auch bis vor kurzem nicht wusste, ein deutsches Spiel tatsächlich, was, äh, ach, das wusste ich nicht. Äh, von einem kleinen Studio entwickelt wurde und die waren jetzt ja auch neulich bei unserer, ähm, Serious-Game-Tagung mit, äh, die wir mit dem Internationalen Bund zusammen, äh, veranstaltet haben. Und da hatten wir auch EntwicklerInnen eingeladen, äh, unter anderem, ja, auch, äh, die von hinten Codes, äh, die wir gerade gehört haben und, ähm, von Orville war auch jemand da. Ähm, und der hat auch erzählt, das Spiel haben sie auch erst mal gar nicht als, äh, so klassisches Serious-Game etc. äh, geplant, sondern da war die Idee, okay, wir wollen, äh, dieses Thema war aufgrund von Edwards-Norden und den Leaks gerade, sag ich mal, präsent und die wollten ein Spiel, äh, machen, was das Thema Sicherheitsdienst und Privatsphäre, ähm, staatliche Überwachung thematisiert. Und, ähm, dann war auch so ein rein, sag ich mal, in Anführungszeichen, äh, produktionstechnisch oder kommerzielle Entscheidung, okay, wir sind kein Riesenteam, wir können jetzt keine 3D-Umgebung etc. machen, dann machen wir doch einen, äh, quasi Game-Thriller, der auf dem Desktop spielt. Ähm, und damit können wir mit relativ einfachen grafischen Mitteln, sag ich mal, trotzdem, äh, Spannung erzeugen. Und daraus ist ein Spiel entstanden, was international ein sehr großer Indie-Hit wurde und gleichzeitig aber auch eine Thematik hat, die man super wiederum, ähm, dann auch im Bildungskontext einsetzen kann und, äh, Diskussionen anregen kann. Und es ist absolut nicht langweilig, das Spiel zu spielen. Also, es ist, die Dramaturgie finde ich sehr, sehr gut, als ich es damals gespielt habe, ja. Und da kann man auch nochmal so vielleicht, äh, den Bogen zuschlagen dazu, dass zum Beispiel Orville ist ja jetzt ein Spiel, was man auf dem PC spielen kann. Ähm, wenn man das jetzt gerade für den, ja, pädagogischen Gebrauch machen will, muss man ja auch immer gucken, okay, Assassin's Creed zum Beispiel, mega cool, aber, ähm, habe ich überhaupt jetzt ein PC, der gut genug ist, um das abzuspielen, habe ich eine PlayStation 4, etc. Und das ist ja ein Thema, was dann auch bei den Lehrern immer so ein bisschen ist, so, ja, ich würde gern die coolen Spiele auch machen, aber wie soll ich das machen? Ich kann jetzt nicht, äh, zwölf PlayStation 4s, äh, mittlerweile gibt's ja sogar die fünf irgendwie in die Klasse reinbringen, wie mach ich das dann? Genau, versuch mal überhaupt für zwölf PlayStation 5s zu besorgen, aktuell. Ja, das ist ja auch gerade eben, ähm, genau. Ähm, genau, das ist genau der Punkt, das muss ja in diesem Kontext umsetzbar sein und selbst, sowohl wenn wir von Schulen reden, als auch beispielsweise von Jugendhäusern, ähm, sind die ja in gewisser Weise ein bisschen, ähm, eingeschränkt und deswegen, also solche Spiele kann man vielleicht, dass man irgendwie am, der Lehrer, die Lehrerin irgendwie einen Laptop mitbringt, das dann damit vorführt, man gewisse Sachen diskutiert, das geht. Oder, was auch denkbar ist, dass Schülerinnen und Schüler das als Projektarbeiten, entweder in Gruppen oder alleine quasi als Seminararbeiten, äh, Spiel als quasi Aufhänger nehmen, um dann äh, tiefer, sei es jetzt in historische Themen einzusteigen oder in andere Themen, äh, sowas ist auch denkbar. Aber dann gibt's wiederum und, äh, Spiele, wo man sagt, okay, die werden wirklich in der Klasse gut nutzbar und da sind eben so Browserspiele, die relativ niederschwellig sind. Also Bad News, äh, auch das Thema Fake News, super kurzweiliges, kurzes Browser-Game, was extrem niederschwellig ist, natürlich auch kostenlos, kann ich, äh, in der Hinsicht auch empfehlen. Wir haben jetzt selber auch mit, äh, dem Landes-Medienzentrum im Rahmen der Bitte-Was-Kampagne, ähm, auch bei dem Spiel so ein bisschen mitgewirkt. Äh, es war einmal im Netz, da geht's, äh, um, äh, auch Cybermobbing und, und so das Kontern gegen Fake und Hass ist so das Motto der Kampagne. Und die haben dann verschiedene Themen reingenommen. Und ich hab jetzt selber dann quasi auch ein bisschen aus Entwicklungsperspektive mitgekriegt, wie schwierig das ist und was für eine Herausforderung ist, ähm, die Themen, die man vermitteln will, mit einer passenden Spielmechanik, äh, zu verzahnen. Äh, also das, ja. Ist auch normale Kunst für sich, ne? Genau. Und da sind wir jetzt bei dem, ähm, Thema auch so Gamification war ja auch so ein Zauberwort, was in den letzten Jahren plötzlich überall aufgepoppt ist im Bildungsbereich, also auch in der wachsenden Bildung, et cetera. Wir müssen alles gamifizieren. Ähm, ja, aber was heißt Gamification? Was verstehst du unter Gamification? Äh, ich muss zugeben, ich verwechsel diese Begriffe mal voll oft. Zum Glück hab ich die Definition hier aufgeschrieben. Also Gamification ist Spiele-Elemente, wie zum Beispiel irgendwie Highscores oder Punkte, ähm, mit einzubauen in den Prozess, den man halt macht. Richtig? Ganz genau. Und das ist, find ich, genau das Langweiligste aus dem Spiel, sag ich mal, als Motivation einzuführen, weil das ist eine reine... Das ist ja eigentlich unser Schulsystem schon. Du bringst es auf den Punkt. Wir haben in der Schule schon ein Notensystem, wir haben irgendwie ein Punktesystem. Der einzige und entscheidende und große Unterschied, und das, was ich finde, in der Schule tatsächlich falsch läuft, dass in Schulen wiederum eine sehr schlechte, äh, äh, Fehlertoleranz oder eine, äh, Fehler, wie nennt sich das? Fehlerkultur. Fehlerkultur haben. Ja. Dass, äh, während du im Spiel, auch wenn du Punkte da jetzt nicht deine Punkte erreichst, dann kannst du halt einfach nochmal versuchen. Du kannst neu laden, du kannst, äh, neues Spiel starten und versuchen, dich zu verbessern. In der Schule hast du eine schlechte Note geschrieben, die steht erstmal da. Wenn du, äh, dann zwei, drei Klassenarbeiten irgendwie in den Sand setzt, du kannst vor allem auch dieselbe Klassenarbeit nicht irgendwie wiederholen und, oder, was ist dieselbe? Es muss ja nicht dieselbe, oder zumindest auf dem Niveau, sondern, das wird einfach bescheinigt, nee, äh, du taugst nicht, ähm, musst schauen, dass du dann quasi nicht nur das aufarbeitest, was du in der Arbeit quasi nicht wusstest, sondern du musst dann quasi für die nächste auch noch das Neue aufarbeiten und dann fragt man sich, warum. Und mit ganz viel Pech kriegst du keinen Ausbildungsplatz oder keinen Studienplatz, weil du halt irgendwie einmal, weiß nicht, schlecht geschlafen hast oder weil irgendwie was schief lief in deinem Leben, ja. Ja, oder zumindest wird dir der Eindruck vermittelt und das wird dann im Bildungssystem leider viel zu oft kommuniziert. Also in der Praxis ist es ja zum Glück nicht so, sondern da wird, gleicht sich das über die Jahre hinweg schon so halbwegs aus, aber es ist trotzdem das Gefühl, was man als Schülerin, Schüler ständig hat, dass ich so unter Druck bin, dass wenn ich mal eine Klassenarbeit versau, kann das der Weltuntergang sein. Während, wie gesagt, in dem Fall bei Spielen hast du halt die Möglichkeit, es neu mal neu zu versuchen und selbst wenn du so einfache Punktesysteme hast, dann motiviert sich, okay, dann will ich da halt mehr Punkte nehmen, aber ich muss auch die Möglichkeit haben, diesen Versuch zu haben. Und es gibt interessanterweise ja Schulen, also die Alemannenschule in Wutöschingen ist so ein gutes Beispiel, die tatsächlich auch so ein Prüfungssystem haben, dass du gewisse Niveaus erwerben kannst, dass du auch, wenn du eine Prüfung nicht schaffst, das dann nochmal probieren kannst. Natürlich mit anderen Aufgaben aber trotzdem so auf dem Niveau und das da Scheitern nicht so dermaßen fies bestraft wird und auch psychisch nicht so ein verrückter Druck erzeugt wird, der, finde ich, sehr ungesund ist für Kinder und Jugendliche. Und wie gesagt, das ist das eine, aber wie gesagt, Gamification, also, ja, brauchen wir eigentlich so jetzt, ob man's braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, ich bin nicht so ein Fan davon und muss sagen, das, was Spiele eigentlich mitbringen, ist das, was, wo wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben, die Chance für Game-Based Learning ist so der andere. Das ist der Begriff, den ich immer mit Gamification verwechsel, deswegen hab ich's mir auch nochmal aufgeschrieben. Willst du nochmal kurz sagen, was das ist? Gerne, also das ist immer das Problem, merke ich auch immer wieder, dass alles in den Topf geworfen wird. Auch in allen Artikeln, die man online liest. Ja, schrecklich, also so viele Leute differenzieren da gar nicht, wenn da darüber berichtet wird, sondern alles ist irgendwie Gamification. Es ist eh so ein bisschen das Problem in der Medienbildung, also, dass manchmal Begriffe so in einen Topf geworfen werden, die eigentlich sogar fast gegensätzlich sind. Also, während Gamification wirklich eher so diese Punktesysteme darstellt und auch das meistens in der Praxis ist. Also, Gamification, so im Allgemeinen nach der Definition, klar, das sind jetzt spielerische Elemente. Man könnte auch sagen, zum Beispiel eine Story oder Entscheidungsmöglichkeiten könnte man auch als Gamification bezeichnen. Aber eigentlich in der Praxis spricht man dann eher dann von Game-Based Learning, dass ich eben quasi auf Grundlage eines Spieles dann Inhalte vermitteln kann und dann eben neben diesen Punktesystemen auch eine Motivation habe, dass ich bestimmte Aufgaben lösen muss. Das ist ja das Verrückte, dass eigentlich eine Aufgabe zu lösen oder eine Herausforderung zu meistern ja durchaus motivierend ist. Das ist in unserem menschlichen Urbedürfnis, sage ich mal, Probleme zu lösen. Und das Problem ist nur, dass es wie gesagt in der Schule nicht diese Spielräume gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mich ausprobieren kann, dass ich auch Sachen vielleicht mal, sage ich mal, falsch machen kann oder mal auch, was man auch gerne im Spiel macht. Man probiert ja bewusst auch mal die, in Anführungszeichen, falsche Lösung aus, um zu sehen, was dann passiert. Also und daraus kann man teilweise mehr lernen, als wenn man einfach ganz straight den gradledigen Weg geht. Und das ist das, was Spiele wirklich als Potenzial für den Bildungsbereich mitbringen. Was ich hier aber sagen kann, jedenfalls für Baden-Württemberg, ich bin ja als Fortbildner in, ja, mehreren Landkreisen von Baden-Württemberg unterwegs und spreche mich immer wieder mit meinen KollegInnen ab. Und seitdem die iPads gekommen sind während Corona, ist das Interesse auch da, ja, dieses Game-Based Learning mit einzubauen. Das sind jetzt nicht die krassesten Spiele, die da mit reingenommen werden, aber simple Apps, da ist das Interesse immer sehr groß bei den Fortbildungen herauszufinden, wie kann ich die geschickt und sinnvoll in den Unterrichtskonzept, in den Unterrichtskontext einbauen. Das finde ich eigentlich ganz cool, diese Entwicklung jetzt zu sehen. Wenn jeder die Technik hat, dann, ja, ist das Interesse immer größer. Absolut. Und die Chance jetzt auch, also so schön das ist, wenn man auch gemeinsam in der Schule sein kann, aber aufgrund der aktuellen Situation zeigt es ja immer wieder, dass man auch zu Hause lernen kann oder lernen muss und da auch Methoden finden muss. Und wir wissen auch nicht, wie lange das noch so gehen wird, deswegen. Ja, und ich finde es traurig tatsächlich, dass in der Politik dann immer auch zwischen diesen beiden Extremen, oder nicht zwischen, sondern immer nur von den beiden Extremen geredet wird, zwischen Schule offen, alle gehen in die Schule und Schule zu. Und dabei gab es ja auch jetzt gerade in der Pandemie auch viele so Zwischenlösungen, dass man sagt, okay, man teilt dann die Klassen etc. Oder was ich als große Idee finde, man macht viel mehr Projektarbeiten. Das ist nämlich das, was eigentlich also auch sehr gut funktioniert, dass die Lehrkraft dann eher quasi Begleiter, betreuende Person ist und eben Themen an die Hand gibt und die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, in kleinen Gruppen sich dann Themen erarbeiten. Und da kann man zum Beispiel auch wiederum mit Serious Games sehr gut arbeiten, die als Aufhänger nehmen oder als Vertiefung. Das ist auch das Interessante. Es hängt natürlich sehr vom Spiel ab, weil die Bandbreite ist riesig, was es für Spiele gibt. Und wie sagt jetzt, ja, Bad News oder Fake Find oder sonst was, die sind sehr gut als Aufhänger und dann kann man tiefer in das Thema gehen. Genauso wie es war einmal ein Netz. Aber es gibt auch Spiele, die dann in der Komplexität, also wenn ich jetzt zum Beispiel Through the Darkest of Times, ist ein Spiel, wo man eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich spielt oder diese halt verwalten und managen muss und da plötzlich nicht nur die ganzen historischen Hintergründe und so Schlüsselereignisse, sag ich mal, kennenlernt, sondern auch einfach diese Komplexität, die der Widerstand im Dritten Reich mit sich gebracht hat. Also man sagt ja immer so leicht, ja, warum haben die sich nicht einfach gewehrt oder haben da einfach nicht mitgemacht? Das ist was, da kann man noch so viel drüber lesen oder erzählen, aber das selber quasi aus Spielperspektive mitzumachen und selber dann die Komplexität zu erleben. Und das Spiel ist nicht einfach. Das ist wirklich schwierig. Aber da ist eben auch, wie gesagt, auch zu scheitern etc. auch Teil dieses Lernprozesses. Und wenn ich es dann aber schaffe, ist es umso befriedigender und ich habe tatsächlich ein relativ gutes Bild davon, wie das war. Es ist immer noch nicht komplett. Also muss man auch immer sagen, Spiele bilden auch immer nur einen Teil der Thematik ab. Also die haben nicht unbedingt den Anspruch, alles darzustellen, aber fokussieren sich eben auf gewisse Aspekte, die sehr, sehr wertvoll sein können. Und das gilt ja nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern wir haben ja auch Through the Darkest of Times dann durchgespielt gehabt. Und ich meine, ich muss jetzt niemandem, der in Deutschland erlebt, sagen, wie oft man das Dritte Reich irgendwie im Geschichtsunterricht durchnimmt, einfach bedingt durch die Historie von unserem Land. Aber das war dann schon nochmal echt eine komplett andere Perspektive, als halt irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme sich anzugucken oder das aus dem Buch rauszulesen. Und das war, ja, man nimmt eine ganz andere Perspektive an. Und die Erinnerung bleibt auch viel mehr hängen durch diese audiovisuelle Vermittlung und diese Interaktion mit den Personen, die in dem Spiel sind. Und ja, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, alle Spiele, über die wir gerade geredet haben, die findet man auch nochmal auf Games im Unterricht mit den Unterrichtskonzepten dazu. Nicht, dass jemand probiert, das alles irgendwie hektisch mitzuschreiben. Das kann man alles da nochmal ausführlich nachlesen. Absolut. Und daneben gibt's auch die Stiftung digitale Spielekultur, die hat eine Datenbank zu Games und Erinnerungskultur zusammengestellt. Also da merkt man auch, dass es da verschiedenste Spiele gibt, die sich damit gerade mit dem fokussierten Thema Erinnerungskultur auseinandersetzen. Und es bietet einfach enorme Möglichkeiten, das im Bildungskontext einzusetzen. Und wie gesagt, bei Games im Unterricht haben wir halt auch Unterrichtskonzepte. Also das ist auch was, was wir gemerkt haben. Lehrkräfte brauchen zum einen, also man muss bei gewissen Spielen schon eine gewisse Affinität zu Spielen mitbringen, um die dann auch im Unterricht oder im Bildungskontext einsetzen zu können. Aber zu The Darks of Times, der Kollege Janis Rupf, schöne Grüße, mit dem wir das Projekt zusammen gemacht haben. Der hat am Anfang auch, war eher ein Brettspieler und kam eher aus der Schiene und hat dann das für ihn so als eins der ersten Spiele, mit denen er sich so richtig tief befasst und ist da reingerutscht und hat dann sich trotzdem dafür begeistern können. Und gerade auch im Austausch, und das ist auch das Schöne, man muss nicht zwingend Gamer, Gamerin sein, um das quasi voll auszunutzen, sondern es bringt auch interessante Perspektiven, wenn man Gamerin und Nicht-Gamerin mischt, weil die dann nochmal die Spiele ganz anders erleben. Also wenn man selber sehr viel spielt, dann nimmt man gewisse Spielmechani etc. als selbstverständlich wahr und sieht vielleicht gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, und was für uns auch sehr spannend war, noch vielleicht ein anderes Thema ist, dass sich auch mit den EntwicklerInnen darüber auszutauschen, weil wie auch Spiele entstehen, das zeugt auch immer sehr davon, was da eigentlich dahinter steckt und was alles drinsteckt. Wir selber machen in der Computerspielschule oft einen Game-Konzeptions-Workshop, wo es jetzt nicht, also neben Programmierung und Game-Design etc., da gibt's ja inzwischen tolle Tools, machen wir auch viel, aber was wir auch gemerkt haben, sehr wertvoll ist, ist einfach rein konzeptionell sich mal das Gedanken zu machen, wie funktioniert ein Spiel, was für ein Genre, was für Thematiken, was für ein Geschäftsmodell dahinter steckt, was für eine Zielgruppe will ich eigentlich erreichen? Plötzlich versteht man, warum Spiele so sind, wie sie sind, wenn man selber mal versucht hat, ein Spiel zu entwerfen und sich damit auseinanderzusetzen. Also, ja, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man das sieht. Wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Themen angesprochen. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Podcast-Folgen dann auch nochmal näher auf vieles davon eingehen werden. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen geguckt, welche Themen wir ansprechen wollen und ich glaube, wir können da ganz gut so ein Gesamtbild abdecken. Ja, aber ich denke, wir haben das Thema Series Games jetzt eigentlich ganz gut so umrandet, sage ich jetzt mal. Wenn man sich noch weiter darüber informieren möchte, wie gesagt, Games im Unterricht ist eine Möglichkeit. Gerne auch auf die Computerspielschulseite oder mal vorbeikommen, falls man in der Nähe ist uns sie offen hat. Genau. Und ja, danke dir für den richtig coolen Input. Ich hoffe, wir werden in den nächsten Folgen auch so einen coolen Flow haben beim Reden. Ja, ich freue mich auch auf die weiteren Gespräche. Also, es wird auch nicht die letzte Folge mit uns beiden sein, aber du wirst ja natürlich auch noch andere Gäste noch mit einladen und ich bin mal sehr gespannt, wer da alles, ob wir da auch Spieleentwicklerinnen oder andere Pädagoginnen, Fachkräfte, was auch immer, werden wir dazu holen, je nachdem, was für Themen wir behandeln. Und ich denke, auch jetzt hier das Thema, ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt auch nur angeschnitten, weil man könnte über jedes einzelne Spiel, was wir erwähnt haben, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Es gibt ja auch glücklicherweise interessante Podcast-Formate, die sich dann vertiefend mit einzelnen Spielen auseinandersetzen. Aber unser Anspruch ist, einfach mal diesen Überblick zu vermitteln und Diskussionen anzuregen und auch die Diskussion anzubieten. Also, kontaktiert uns auch gerne, also sowohl auf der Computerspielschulseite als auch über die Podcasts in unsere Kontaktdaten. Wir können da gerne ins Gespräch kommen. Und wenn es auch darum geht, wenn ihr mal selber medienprojekte rund um das Thema Games umsetzen wollt oder da Unterstützung braucht. Immerher damit. Genau, sehr gern. In dem Sinne, ich bedanke mich, Nino. Das war echt toll, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Und wir hören hoffentlich bald wieder voneinander. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.